Ich hab sechs Frauen, die für mich arbeiten. Wie war's? War's art? Rein, raus, dann ist er eingeschlafen. Aber hör zu, wenn eine von uns nicht mehr mag, dann haben wir beide auf. Das macht keiner von uns allein, weder du noch ich. Klar, wir machen's zusammen. Schönes, erotisches Lächeln, bitte sehr. Du schaffst die Prüfung, das sprich. Wie heißt du eigentlich? Das geht dich nix an. Sehen wir uns wieder? Ich weiß nicht. Hallo! Halt dich fest. Hast du schon mal einen Orgasmus gehabt? Auf! Männer kommen und gehen, aber wir zwei sind Königinnen. Wer wir zwei? Wir zwei Frauen oder wir zwei Huren? Ich muss auf die Uni. Jetzt als Doppelte. Ich schlaf mit jedem. Und ich lass mich dafür gut bezahlen. Also wenn du ficken willst, dann Zeit fälligst. Mach was! Mach was! Hör auf! Halt auf! Ja, aber du musst auch aufhören! Du musst auch aufhören! Hör auf! Du musst auch aufhören! Du musst auch aufhören! Vielen Dank.